Leonel Dietscher, Regisseur von Ende Neu. Also in meinem Film geht es um eine postapokalyptische Welt, in der nur noch Männer existieren und in der quasi keine Ordnungsmacht ist und dadurch Gewalt quasi die Welt regiert. Ich muss sie freisetzen, ich muss die Menschen heilen. Wir haben keine Ahnung. Ich kann den Menschen ein neues Bewusstsein bringen. Also ich wollte es ursprünglich im Ruhrgebiet drehen, weil es meine Heimat ist und da habe ich auch meine Doc-Filme mal gedreht, aber das Problem war, dass wir dann gemerkt haben, die Orte liegen zu weit auseinander und deswegen haben wir uns dann für Brandenburg entschieden, zumal das eben mit Berlin und den Schauspielern natürlich ein guter Vorteil war und sobald wir uns entschieden haben, wir dann auch schöne Locations da gefunden. Also dadurch, dass es eben quasi seitdem die Russen da weg sind, sind viele Orte einfach sehr verlassen, gerade so Militärgeländen und sowas und das haben wir dann gut nutzen können für unseren Film. Und genau, ja. Natürlich, genau. Also ich meine, das hat natürlich erstmal so eine, sag ich mal eine gesellschaftliche Komponente und im zweiten Schritt auch eine persönliche, weil im Drehzeitraum ist auch mein Vater gestorben und ich habe quasi schon viel über Männer und Männlichkeit nachgedacht quasi und deswegen sind diese Figuren auch Stellvertreter für gewisse Arten von Männlichkeit. Also der Arzt ist jetzt, weniger geht es mir jetzt weniger um Homosexualität als vielmehr um jemand, der einfach seinen Hedonismus so sehr auslebt, dass es völlig egal ist, was das für Konsequenzen für andere Menschen hat. Und sag ich jetzt mal, jemand wie der Anführer ist mehr jemand wie so ein Hells Angel oder so ein typischer Gangtyp, eigentlich auch ein bisschen inspiriert von so Warlord-Figuren aus Afrika zum Beispiel, da habe ich mich mehr auseinandergesetzt und sozusagen und der Heiler wiederum ist für mich so jemand, der mit Religiosität arbeitet, mit Fanatismus und der an sich eigentlich schon eine gute Vision hat für die Welt, aber gleichzeitig auch so machtbesessen ist, dass er letztlich dann auch nicht gut ist sozusagen. Das heißt, diese drei Kräfte, die kämpfen so gegeneinander und natürlich will ich nicht sagen, dass das alle Menschen sind so, aber das sind eben die Figuren, die so zu mir gekommen sind und die ich eben im Kontext von diesem, ja was wäre wenn und es gibt keine Gesetze und so weiter, ja da haben sie quasi so ihren Platz gefunden. Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich selber nicht. Wie gesagt, ich habe mich ja dann schon gefragt in der Bucharbeit, ja was wäre ich für einer, was wären sie für eine oder eine, weiß ich nicht. Also die Frage kam schon auf und ich glaube, also ich kann nur sagen für mich, ich sehe mich überall natürlich irgendwo ein bisschen, aber es ist sehr schwer für mich zu sagen, also ich wäre wahrscheinlich keine der Figuren, hoffentlich zumindest, aber trotzdem fühle ich mich mit allen verbunden, also ich respektiere die auch, obwohl die dunkel und eklig sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, jeder von denen steht auch so ein bisschen unter Druck. Also der Anführer, es wird ja auch am Anfang gesagt, der steht auch unter Druck, der hat auch immer jemanden im Nacken und die anderen Figuren auch und so sind die irgendwie auch getrieben. Zwischen mir und meinen Kollegen spricht man eigentlich hauptsächlich dann über Berlinale oder München. Also es gibt natürlich noch andere gute deutsche Festivals, aber das sind quasi so gerade die, die Besten oder die, wo man hin will. Und ich hatte das Glück, dass wir vor, was war es 2016? Und letztes Jahr, glaube ich, liefen wir auf der Berlinale mit Millennials, wo ich als Schauspieler mit dabei sein durfte. Und das war eine schöne Erfahrung und gleichzeitig auch cool zu sehen, wie die Perspektive als so ein Platz für junge Filmmacher einen Vorwand bringen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass München seit einigen Jahren eine ziemlich gute Auswahl hat an deutschen Filmen und ich habe das Gefühl für mich jetzt, dass es weniger studentisch ist, als die Perspektive beispielsweise. Und ja, also ich kann nur sagen, bei uns hat das einen total guten Ruf und ich finde das, wie gesagt, so was den deutschen Wettbewerb angeht, also glaube ich nach dem Wettbewerb für die Berlinale, dem besten Wettbewerb eigentlich so, also meiner Meinung nach. Aber sieht auch jeder anders. Aber genau, also was ich sagen will, ist, es spricht eigentlich für innovatives, deutsches Kino, was eben vielleicht auch ein bisschen genreiger sein kann und vielleicht ein bisschen weniger politisch ist im Vergleich zu Berlinale und dadurch passt vielleicht unser Film auch besser hierhin als zu Berlinale. Also ich bin grundsätzlich, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich bin fast mehr Fan davon vom amerikanischen System und das heißt, ich würde die Förderung fast komplett weg machen, weil ich das Gefühl habe, es werden zu viele Filme gefördert, die belanglos sind und zu wenig tolle Filme werden überhaupt unterstützt. Und das finde ich ganz schön in den USA, dass quasi auch, wenn die Filme keinen wirtschaftlichen Erfolg versprechen, es immer noch genug reiche Menschen gibt, die wollen, dass das entsteht. Und diese Liebe zum Kino und dieser Wahnsinn, der existiert hier meiner Meinung nach nicht so richtig und deswegen kann ich mir schwer vorstellen, wie das jetzt für mich in Zukunft hier laufen sollte und quasi deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche mein Geld selber zu verdienen über Werbung und dann quasi entweder kleinere Filme selber zu drehen und komplett selber zu produzieren oder eben versuchen internationale Produktionen zu finden. Aber quasi auch in der Art, wie mein Film jetzt schon teilweise bewertet wurde oder was ich an Feedback bekommen habe, merke ich natürlich, dass ich mit sowas in Deutschland wahrscheinlich nicht so gut ankomme. Und genau deswegen muss ich natürlich überlegen, wo finde ich mein Publikum oder wo finde ich meine Finanziers.